Was hast du heute gegessen? Und das ist tatsächlich ein bulgarisches Gericht Aus Hackfleisch und Eiern und Gurken dürfen nicht wählen Alles eingerollt und in den Ofen hinein mit Reis Aber gut, das bringt zwar nicht vegan, aber lecker In Bulgarien weiß man nicht mal, wie man vegan buchstabiert Kannst du ein Musikinstrument? Darüber haben wir gerade geredet, nicht Klavier Naja, vielleicht ein bisschen Ich habe mal probiert für einen Wettbewerb Blockflöte Und dann wurde mir gesagt im Konservatorium, dass es viel zu nach Ausdruckstanz aussieht Wenn ich Blockflöte spiele und gleichzeitig tanze Das war nichts, das haben wir weggeschmissen Aber ich liebe Blockflöte Ich habe es ganz lange gespielt Aber ich kann's nicht Es klingt ganz furchtbar schief Ich glaube, jetzt wäre es teilen Für die Zeit tatsächlich für den Beton Und Achtung Bist du ein Kuschler oder schläfst du gerne alleine? Nein, ich liebe Kuscheln und gar nicht allein Mit meinem Hund oder mit meiner Katze oder mit meinem Freund Nein, ich schlaf nicht gern alleine Aber vielleicht Kuscheln wir ja mal an, wenn ich allein bin Du meinst mich? Ja! Mein Schisslob Oh mein Gott, das spiel ich gleich ganz falsch Aber du hast recht, wir haben so schöne, netten Hühner Wir sind getestet Also wir dürfen uns nah sein Und es ist richtig, wir haben so ein Kuscheldefizit Oh Gott, absolut Es fehlt die Nähe Die Nähe zum Menschen Das ist wahr Ich möchte so gerne Endlich wieder alle umarmen Ja, absolut Ich bin so ein körperlicher Mensch Wenn ich jemanden sehe Will ich ihn gern anspringen Ja Manchmal ist es angenehm Aber ich liebe es Willkommen es auf der Straße, wenn es niemand erwartet Ja Wir kommen zurück Jetzt zum Ende Ich schluss halt eine Sentime Spiel Dies hier Und dann beenden wir es Ich bin so ein Kuscheldefizit 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 Ich bin so ein Kuscheldefizit